Guten Abend, Sie sind verbunden mit der Mailbox einer Person, die mit Ihnen abgeschlossen hat. Dieser Kontakt ist für Sie nie wieder mehr erreichbar. Das Mädchen, welches Sie kaputt gemacht haben, hat sich für ein ruhiges Leben entschieden ohne weitere Schmerzen, Lügen und Tränen. Sie ist nicht mehr blind vor Liebe, da Sie ihr die Augen aufgerissen haben. Sie möchte nicht mehr in Ihre toxischen Hände verfallen und hoffen, dass Sie anders sind als die anderen. Sie hatten Ihre Chance und waren zu blind, um zu erkennen, dass Sie ihr Frieden war. Bitte versuchen Sie keinen weiteren Kontakt mehr zu suchen. Dies ist die letzte Nachricht, die Sie erreichen wird. Bitte löschen Sie umgehend diesen Kontakt. Nach dem Piepton, alles andere regelt das Karma.